Miley trinkt mich, und das hat er immer wieder davor und danach gesagt, als ein Maulwurf, die die Stadt von innen glöchert und abbaut. Und das fand tatsächlich statt. Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Andres. Schön, dass ihr da seid. Andres, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist? In der Kneipe trinke ich meistens kein Mathe. Es ist nicht so einfach, mit Mathe als Argentinier rumzulaufen. Das machen nur Uruguayern. Und ich einfach, je nachdem, Wein, Bier oder kann auch Wasser sein, wenn es sein muss. Okay, gut. Du hast ein Mate, wir haben leider nur ein Wasser, weil es noch frühmorgens ist. Aber Prost! Ja, herzlich willkommen und bienvenides zu unserer 66. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Hinterm Tresen stehen für euch heute Felix und Martin. Ich bin Martin. Und an der Theke sitzt Andres Musacchio. Hallo Andres, schön, dass du da bist. Hallo und morgen. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, hallo auch von mir. Andres, du hast an der Universität von Buenos Aires Wirtschaft studiert und in Sozialwissenschaften promoviert. Seit 2013 bist du Professor für regionale Integration an der Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Und du hast deinen Lebensmittelpunkt aber auch in Deutschland und arbeitest als Studienleiter für den Themenbereich Wirtschaft, Globalisierung und Nachhaltigkeit bei der Evangelischen Akademie Bad Boll. Eine kleine Ergänzung. An der Universität del Centro bin ich schon seit einigen Jahren weg und behalte aber immer noch meinen Lehrstuhl für argentinische Wirtschaftsgeschichte an der Universität Buenos Aires, wo ich auch im Postgrad- und Doktoratstudien auch Weltwirtschaftsgeschichte halte. Okay, danke dir für die Ergänzung. In der heutigen Folge möchten wir mit dir, das ist auch eine gute Überleitung, dein Wissen zum Thema argentinische Wirtschaftsgeschichte abgreifen und von dir lernen und uns mit dir über die Besonderheiten der argentinischen Wirtschaft unterhalten und dann darauf eingehen, welchen Einfluss der neue Präsident Milley in seinen ersten Monaten auf die argentinische Wirtschaft hatte. Und damit würde ich sagen, bringen wir dann auch die erste Runde und fangen direkt an, oder? Genau, dann steigen wir mit der ersten Runde direkt ins Thema ein. Der US-amerikanische Ökonom Simon Kutznetz hat mal den Satz gesagt, es gibt vier Arten von Ländern. Entwickelte Länder, Entwicklungsländer, Japan und Argentinien. Um damit zu betonen, dass Japan und Argentinien einfach nochmal ganz anders ticken als viele andere Länder. Wir wollen uns heute mit dir die wirtschaftliche Entwicklung von Argentinien genauer anschauen, mit der du dich ja auch in deiner Forschung sehr intensiv beschäftigst und beschäftigt hast und damit hoffentlich auch verstehen, warum sich Argentinien hier so von anderen Ländern unterscheidet. Und dafür wollen wir auch erstmal ein paar Jahrzehnte zurückschauen. Einen interessanten Fakt, den wir gefunden haben, als wir uns etwas die Wirtschaftsgeschichte von Argentinien angeschaut haben, ist, dass vor 100 Jahren das Pro-Kopf-Einkommen in Argentinien im globalen Vergleich sehr hoch war, beispielsweise auch nochmal höher als in Deutschland zu der Zeit. Und deswegen die erste Frage an dich, Andres. Was hat denn damals vor 100 Jahren, also dann so ungefähr im Jahr 1920, die Stärke der argentinischen Wirtschaft ausgemacht? Ja, das muss man ein bisschen Frage stellen, ob es tatsächlich so war. Statistisch gesehen, also damals hat Argentinien noch keine Statistiken geführt. Vom Bruttoinlandsprodukt, vom Pro-Kopf-Einkommen und so. Das sind dann Projizierungen nach hinten, die dann in den 30er, 50er bis 50er Jahren gemacht hat. Das war tatsächlich trotzdem, vor allem das Jahrzehnt zwischen 1903 und dem Ersten Weltkrieg, eine Zeit mit intensiven Wachstum. Es war gekoppelt an Nachfrage nach Agrarprodukten, also Cerealien, Getreide, Fleisch. Und insofern konnte sich Argentinien da an einem letzten Schwung dieser Wirtschaftsart ankoppeln und sagen wir mal zwischen 1880 und dem Zweiten Weltkrieg oder besser gesagt bis zur Krise der 30er Jahre gut behaupten mit Wachstumsrate. Das war auch ein richtig intensives, intensives und gutes Geschäft für Großgrundbesitzer, für Agrarexporteure und parallel aber war der große Teil der Bevölkerung verarmt. Es gab auch eine sehr, sehr starke Migrationswelle. Die Migranten haben ein richtig hartes Leben gehabt. Das heißt, die Einkommensverteilung war sehr polarisiert und das wurde auch nicht an Investitionen gekoppelt. Immer gibt es diese Masche. Je polarisierter die Verteilung ist, desto mehr akkumulieren die Reichen und dadurch investieren sie auch mehr. Die Reichen in Argentinien haben einfach Urlaub in Europa gemacht, haben das Geld in Finanzanleihen oder Finanzgeschäfte eingesetzt. Oft gingen diese Finanzgeschäfte pleite und da gab es zum Glück einen Staat, der sie alle aus der Krise rausgeholt hat, indem man die Verluste vergesellschaftlicht hat. Und so stimmt für mich dieses Bild von einer blühenden Argentinien, die irgendwann durch Industrialisierung und Stadtintervention verloren ging, nicht ein. Mhm. Ja, spannend, weil du jetzt ja eigentlich schon erzählst, dass es gar nicht so rosig war. Und du hast ja auch schon Gründe genannt, warum es nicht so gut war. Heute ist Argentinien wirtschaftlich hinter viele Ländern, mit denen es damals angeblich auf einem Niveau war, zurückgefallen. Du hast jetzt ja schon ein paar Gründe gesagt. Gibt es noch weitere Gründe, die erklären, warum sich die argentinische Wirtschaft schlechter entwickelt hat als die von anderen Ländern? Ja, darüber könnten wir eine Stunde lang sprechen. Das werde ich natürlich nicht machen, aber ich erwähne zwei, drei wichtige Gründe. Zum einen war das sehr eng gekoppelt, wie ich schon gesagt habe, an die Wachstumsraten der europäischen Länder. Es gibt ein Wirtschaftsstadium ganz am Anfang, wo Konsumenten sehr viel von dem, was sie neu verdienen, was sie mehr verdienen, in Lebensmittel investieren. Wenn Bevölkerungsteile sehr arm sind, und ich denke an der Arbeiterklasse Großbritanniens Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn die Löhne steigen, dann werden sie hauptsächlich für Lebensmittel verwendet. Wenn die Löhne weiterhin steigen, dann kauft man sich Klamotten. Und wenn sie weiter steigen, dann kauft man sich erstmal ein Haus oder irgendwelche elektronischen oder elektrischen Geräte damals und so weiter. Das heißt, irgendwann, und das passierte zwischen den zwei Weltkriegen, hat sich dieses europäische Wachstum von dem, was Argentinien anbieten konnte, abgekoppelt. Plötzlich war dann die Nachfrage nach Agrarprodukten stagniert. Und das war einer der Gründe. Zweiter wichtiger Grund war, in Argentinien war dieses Wachstum an extensiven Prozessen gekoppelt. Was meine ich mit extensiven Prozessen? Man hat erstmal das komplette Territorium erobert. Das war sehr stark verbunden mit einem Massenmord an einheimischen Bevölkerungen. So, aber danach braucht man, um dieses Land in Produktion zu setzen, weitere Prozesse. Man braucht Kommunikation zum Hafen, Hafenaufbau, man braucht Sammen, man braucht Kühe und so weiter. Und das war ein viel langsamer Prozess. Der entfaltete sich auch bis etwa zum Ersten Weltkrieg. Etwa zum Ersten Weltkrieg war das ganze Land jetzt auch wirtschaftlich und nicht nur politisch besetzt und in Produktion. Dadurch gab es einen sehr starken Zug zur Stagnierung. Das heißt, dadurch, dass Argentinien dann in der Periode nicht von einer extensiven, zu einer intensiven Produktion gegangen ist, durch Investitionen, durch mehr Maschinen, durch neue Produktionsformen und so weiter, oder auch nicht in die Industrie diversifiziert hat, dann hat sich auch die argentinische Wirtschaft stagniert. Und das hatte nicht mit der Krise der 30er Jahre zu tun, sondern das war schon ein Prozess, der seit mindestens 15 Jahren in Gang war. Das heißt, zur Krise der 30er Jahre war diese Agrarexpansion zu Ende. Und im Vergleich zu Ländern wie Kanada oder Australien gab es keine staatlichen Politiken, die das in Richtung einer Industrialisierung gelenkt hat, sondern nur einfach die Finanzialisierung, die Argentinien schon im Vordergrund hatte, nochmal gestärkt. Okay, ja interessant. Das heißt, Argentinien hat so ein bisschen die Industrialisierung verschlafen, verschlafen, wenn man es in einem Satz zusammenfassen möchte und war auch dann sehr abhängig von Agrarexporten nach Europa, was mir jetzt gar nicht so bewusst war, dass das damals schon so ein großer Faktor war. Genau. Und die aus Nachfrage- und Angebotsgründe stagniert war ab dem 20er. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, die gesamte Wirtschaftsgeschichte uns von Argentinien anzuschauen. Wir wollen aber uns noch ein Ereignis rauspicken. Und zwar war ein sehr einschneidendes Ereignis, und damit gehen wir dann nochmal ein paar Jahrzehnte mehr Richtung Gegenwart, ein sehr einschneidendes Ereignis in der argentinischen Wirtschaftsgeschichte, die Krise 2001. Und da wollen wir nochmal kurz mit dir draufschauen. Wie kam es denn zu dieser Krise, beziehungsweise woraus bestand diese Krise? Ja, die Krise bestand aus mehreren Elementen, die würde ich einordnen zu einer peripheren und finanzialisierten Wirtschaft gehören. Der Anfangsmix für die Politik in den 90er, und das hatte man schon in den 70er versucht, und das hat man nochmal wiederholt ab 2016, und das wird jetzt auch wiederholt, basierte auf festen Wechselkurse, um die Inflation zu verankern, Liberalisierung der Finanzmärkte und Öffnung des Außenhandels. In diesem Zusammenhang und mit auch noch dem Versuch, Staatsunternehmen zu privatisieren, die davor rentabilisiert werden müssen, und die davor auch von Subventionen herausgezogen werden müssen, das bringt mit sich, dass die Preise der, was wir Volkswerte, die nicht handelbare Güter nennen, jetzt komme ich auf die Erklärung, dass die doch noch trotz aller Anti-Inflationsmaßnahmen weiterhin steigen. Nicht handelbare Güter sind diejenigen, die nicht zum Außenhandel gehören und gehören können. Man kann zum Beispiel einen Stuhl im Ausland kaufen oder selbst produzieren. Man kann dasselbe machen mit dem Computer, aber man kann sich nicht Leitungswasser aus Norwegen oder aus Uruguay holen. Diese Sachen, die können nicht durch den Außenhandel beeinflusst werden. Und wenn man sagt, wir stellen die Wirtschaft zur Konkurrenz der Exporte, solche Branchen werden nicht zur Konkurrenz gestellt. Und dadurch, dass man auch Subventionen wegnimmt und sie rentabilisiert, also die profitabel macht, damit sie verkauft werden können, dann steigen eine Zeit lang noch die Preise stark. Argentinien hatte mit allen Preisstopp-Maßnahmen trotzdem zwischen dem Jahre 1991 und dem Jahre 1995 so etwa wie 80% Inflation. Das heißt, der Wechselkurs verschlechtert sich dadurch. Der Peso wird stärker, der Dollar, das ist der Maßstab aller Dinge in Argentinien, wird billiger. Und das bedeutet für die Industrie eine externe Konkurrenz, die durch den Wechselkurs subventioniert wird. Nicht nur gleichgestellt, sondern benachteilt. Und dadurch wurde ein großer Teil der Industrie platt gemacht. Da hatten wir dann eine komplette Veränderung der Produktionsstruktur, geleitet durch Finanzialisierung. Und was noch leben konnte, überleben konnte, sind die Sektoren, die Sonderprofite kriegen. Also wenn ich produzieren kann in der Agrarwirtschaft oder in dem Bergbau und alles, was ich am Umwelt vernichte, nicht in den Kosten zähle, da habe ich einen Sonderprofit erzielt, dadurch, dass ich gewisse Kosten nicht berechnen werde. Und das ist genau in den 90er passiert. Und diese Sektoren sind aber Sektoren, die zuerst eventuell einen Investitionsschub brauchen. Aber das ist ein kurzer Prozess. Und dann, wenn man Sonderprofite erzielt, dann hat man richtig viel Geld, die man nicht aber in die Produktion investiert, sondern in den Finanzen ins Ausland geschickt werden. Dadurch, dass man diese ganze Finanzwirtschaft durch hohe und immer höhere Zinsraten halten muss, weil das Land verschuldet sich dadurch. Jetzt entstehen Außenverschuldungen durch Handel, durch Finanzinvestitionen aus dem Ausland. Und wenn Geld kommt, um sich als Finanzanlage zu behaupten, es wird konvertiert von Dollars auf Pesos, dann kriegt man, und ich spreche jetzt von oft echte Zinsraten von Realszinsraten von 60, 70, 80 Prozent. Wenn das Geld ein Jahr später rauskommt, ein Dollar ist reingekommen, 1,80 sind rausgegangen. Irgendwo müssen diese 80 Zents entstehen durch Verschuldung. Und in dem Prozess hilft natürlich immer der Währungsfonds, hilft auch die Weltbank. Somit entstand eine sehr starke Außenverschuldung, die auch noch sehr stark den Haushalt in Anspruch nahm. Parallel wurde aber auch, und das ist, glaube ich, eine kapitale Sache im ganzen Krisenprozess, wurde der Rentensystem privatisiert. Das heißt, die Rentner haben jetzt zu einer privaten Kasse beigetragen mit Konten, wo sie sparten. Also wir haben nicht nur den Zahler gewechselt, sondern auch die Form. Es wurde nicht der aktive Arbeiter unterhält den passiven Arbeiter, also der Rentner, sondern spart für sich. Der übernahm für diese 20, 30 Jahre Transition die existierenden Rentner. Der Staat, der Staat hatte plötzlich keine Einnahmen mehr im Bereich der Renten, musste aber die Renten weiterhin zahlen. Der Staat zahlte weiter, musste sich das Geld von irgendwo holen, hat sich das Geld aber jetzt geliehen bei den Rentenkassen. Und dadurch entstand auch noch mal eine Riesenverschuldung mit sehr hohen Zinsraten und diese ganze Kombination führte dazu, dass man zum einen immer höhere Haushaltsdefizite hatte, weil man eben Renten und Zinsen zahlen musste, obwohl man überall gekürzt hatte, aber diese zwei Ausgaben waren nicht zu meistern. Und dadurch entstand auch ein Kreislauf mit immer höheren Zinsraten, was auch für die ganze Produktionswirtschaft negativ auswirkte. Die Arbeitslosigkeit stieg rasant. Die ersten drei, vier Jahre des Prozesses hatte Argentinien so etwa zehn Prozent Wachstumsraten und in dem Zeitraum ist die Arbeitslosigkeit von etwa acht Prozent auf siebzehn Prozent gestiegen. Also bei zehn Prozent Wachstumsraten dreifacht sich die Arbeitslosigkeit. Und natürlich, als die Krise dann kam, weil das langfristig nicht haltbar, dann war das die Katastrophe. Und vor allem der Kern des Programms war dieser fester Wechselkurs in Form eines Currency Worts. Es ist also eine Fixierung der Pesos angekoppelt an den Dollars. Ein Peso gleich ein Dollar und man musste auch für diese Konversion 100 Prozent der zirkulierenden Pesos in Reserven in Dollars bei der Zentralbank haben. Das heißt, bei Kapitalabfluss und das basierte in der Krise, musste man Geld vernichten. Das heißt, es entstand dadurch auch eine Geldknappheit eine Deflation und in dem Zusammenhang hat die ganze Wirtschaft kollabiert. Irgendwann waren die Banken auch wegen Geldknappheit nicht mehr fähig, den Kunden das Geld in der Hand zu geben und das entsprach dann eine Bankkrise, die gelöst wurde durch eine Sperre der Konten. Man konnte innerhalb des Bankensystems Geld transferieren, also wer ein Konto hatte, konnte Überweisungen machen, aber nicht an Bargeld kommen. Nur, ohne Sozialstadt war ein großer Teil der Bevölkerung, würde ich sagen, 20, 30, vielleicht sogar 40 Prozent der Einwohner nicht bankarisiert. Das heißt, sie hatten kein Konto, die waren arbeitslos und die haben nur überlebt, indem sie für die Mittelklasse so kleine Jobs gemacht haben wie Rassenmähen, Taxifahren, Einkaufen gehen und so weiter. Das geht aber nur, wenn man das barbezahlt bekommt. Und das hat sich dann dadurch unterbrochen. Und das war der letzte Schritt zur sozialen Krise. Nachdem die Konten gesperrt wurden, brauchte man zwei bis drei Wochen bis zum Zeitpunkt, wo zum einen die Mittelklasse rausging, weil sie an ihren Konten ran wollten und die untere Klasse die wollten einfach essen. Und da haben sich alle getroffen in einer sozialen Bewegung, die dieses Dezember 21 bildeten und die zur Fall der Regierung nachgehen. Super, danke dir. Das war schon ein sehr komplexes Thema, was du hier wirklich geschafft hast, kurz darzulegen. Und man sieht auch, dass so Krisen halt nicht einen Grund haben, einen einzelnen Auslöser, sondern dass es einfach verschiedene Faktoren gibt, die letztendlich zu einer Krise führen und auch eine Krise auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auf der außenwirtschaftlichen Bankenebene und auf der sozialen Ebene. Seit dieser Krise 2001 stand Argentinien jetzt immer wieder vor dem Staatsbankrott und du hast gesagt, dass sie auch vorher schon Kredite bekommen haben vom IWF und der Weltbank, wobei es vor allem nach 2001 noch mal stark zugenommen hat und Argentinien zahlreiche Kredite vom IWF bekommen hat. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, welche Bedeutung das hat, hat 2018 der IWF dem damaligen argentinischen Präsidenten Mauricio Macri den größten Kredit seiner Geschichte gegeben mit 57 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2023 entfielen 30% der gesamten ausstehenden Forderungen des IWF alleine auf Argentinien. Das heißt, es scheint ein besonderes Verhältnis zwischen Argentinien und dem IWF zu geben. Waren diese Kredite deiner Meinung nach denn sinnvoll und der richtige Ansatz, um einen Staatsbankrott zu verhindern? Vor der Krise 2001 hat der Währungsfonds reichliche Kredite vergeben, damit die Regierung Dollars zur Verfügung hatte, um die Kapitalflucht zu unterstützen von privaten Anleger, die weg wollten, bevor alles zusammenbricht. Ab dann gab es keine Kredite mehr, bis Makri im Spiel kam 2016. Die ganze peronistische Regierung von den Kirchners, da hat man mit dem Währungsfonds folgende Politik geführt, nämlich man hat die ganzen Krediten barbezahlt, auf einmal zusammen mit Brasilien und Uruguay, um den politischen Einfluss des Währungsfonds zu vermeiden. Der Währungsfonds leid, verlangt aber gewisse Politiken dann dementsprechend, um die Kredite zu vergeben und dann um die Kredite zu verwalten. Argentinien hat sich zwischen 2004 und 2015 entschuldet. Die Nettoverschuldung, das heißt, das was man sich nicht intern schuldet, intern heißt im Staat selbst, ist von über 100% des Bruttoinlandsprodukts auf etwa 2 oder 23% gesunken. Ab 2016 begann wieder ein Prozess der Finanzialisierung, wieder war das Neuland für externe Anleger, für Crossbanken, wieder hat man versucht, diese Kombination feste Wechselkurse, eine strenge Geldpolitik mit hohen Zinsraten, Öffnung der Finanzmärkte, damit die Kapitalen rein und raus können, so schnell und so oft sie wollen. Dadurch gab es einen sehr starken Finanzstrom, die sich in der Finanzwirtschaft investiert hat. Zwei Jahre später war die Verschuldung so hoch und zwar auch mit dem Staat, der immer aktiv an diesen Prozessen teilnimmt, als Zahler in letzter Instanz, dass es plötzlich eine Kapitalflucht begann. Und da tauchte der Währungsfront auf, mit diesem größten Kredit aller Zeiten für den Währungsfront, für Argentinien, gegen alle Währungsfront Normen, denn der Währungsfront hat auch Grenzen, die auch in dem Fall überschritten wurden in allen Formen und plötzlich war Argentinien wieder verschuldet. Womit hat man oder worin hat man das Geld investiert? In dem Erhalt der Wechselkurs Parität. Das heißt, man hat in einer Kapitalflucht wähle einfach nur Dollars verwendet, um die Parität zwischen Dollar und Peso zu erhalten und dadurch dann die Kapitalflucht finanziert. Das heißt, ein Jahr später war das Geld des Währungsfronts verbraucht in dem, was eigentlich der Währungsfront verbietet, denn diese Unterstützung der Kapitalflucht ist ganz explizit in der Charta des Währungsfronts verboten. Im Falle Argentinien wurde das toleriert zumindest und das Geld war weg, die Schulden blieben und natürlich kollabierte auch der Finanzmarkt und der Wechselkurs und da stand wieder Argentinien in einer Verschuldungskrise. Es ist interessant und damit haben wir den ganzen Bild komplett, dass man immer davon ausgeht, der Pironismus gibt immer zu viel aus, verursacht ein langfristiges Defizit, das mit Verschuldung finanziert wird und dadurch kollabiert die Wirtschaft und dann kommt die liberale Politik, die den Haushalt in Ordnung bringt. Und das ist in der Tatsache genau umgekehrt. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die nicht ganz so befasst sind mit der argentinischen Wirtschaft oder der argentinischen Politik. Der Pironismus ist quasi eine linksgerichtete politische Strömung, die in Argentinien quasi ab nach der großen Krise 2001 bis bevor Makri dann die Präsidentschaft übernommen hatte, regiert hat und wie du eben erklärt hattest, untergenommen mit dem Präsidenten Nestor Kirchner und Christina Kirchner und die halt, wie du eben gesagt hast, den versucht haben, den Schuldenstand deutlich zu reduzieren, bevor dann unter Makri die neuen Schulden aufgenommen wurden und das ist so ein bisschen der Punkt, den du gerade machen wolltest, oder? Um da nochmal den Kontext zu geben. Da gibt es zwei, drei Anmerkungen oder Ergänzungen. Der Kern der Politik ist eine Umverteilung, die Nachfrage bildet, sehr stark angelehnt an keintianisches Denken und dadurch Wachstum erzielt wird und zum Beispiel die Verschuldung, die Verschuldungspolitik war, keine neue Schulden zu nehmen, so viel wie möglich zu zahlen, aber das war nicht das Wichtigste, das Wichtigste war, Wachstum zu erzielen und durch Wachstum wird der Einteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt ordentlich reduziert. Und das war wahrscheinlich die Hauptpolitik in Bezug auf Verschuldung nach der Zahlung des Währungsfronts. Super, danke dir für diese Klarsche und nochmal Erklärung zu diesem Thema. Vielen Dank dir vor allem für diesen wilden Ritt durch die argentinische Wirtschaftsgeschichte. Ich glaube, wir hätten da tatsächlich wahrscheinlich eine ganze Folgenreihe zu machen können zu dem Thema und ich hoffe, dass es immerhin einen ungefähren Einblick gab in einige der Aspekte, die wichtig sind, um zu verstehen, wie Argentinien sich wirtschaftlich entwickelt hat. Bevor wir uns dann jetzt gleich in der Aktualität wiederfinden und drüber reden wollen, wie was jetzt unter Millet passiert ist, machen wir eine kurze Auflockerungsrunde und ich bringe uns mal eine Runde kurze, damit wir einmal ein bisschen runterkommen können und nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet, möchten wir dir ein paar Fragen stellen und du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen. Dann fange ich mal an. Was ist denn deine Lieblingswirtschaft, Kneipe oder Kaffee? Mein Kaffee aus der Uni-Zeit, das nicht mehr existiert, um die Ecke meiner Fakultät, das war mein Lieblingscafé, weil ich da eigentlich viel Zeit in einer intensiven Lebensphase verbracht habe und da war ich so, das war mein Wohnzimmer. Und was ist dir wichtig, damit du dich in so einem Wohnzimmer wohlfühlst oder in so einem Café? Ein schönes Fenster mit Blick nach außen, sodass man irgendwie im Fishbowl nach außen schauen kann, sich mit den Kellnern, Kellnerinnen gut unterhalten zu können und dass man sich immer wieder trifft und sich im Laufe der Zeit mit den Leuten auskennt, die da sitzen. Wie plural sind die Wirtschaftswissenschaften in Argentinien? Sehr nicht plural. ich habe den Glück aus einer Universität zu kommen, die 60.000 Studenten hat und Studentinnen und dann gibt es pro Kurs oder pro Fach mehrere Kurse und es gibt immer einen alternativen Kurs. Das heißt, man kann durch den ganzen Studiengang immer alternative Wirtschaftskurse machen, man weiß aber, man ist in einem der zehn Kurse und man wählt die explizit aus und dafür muss man die aber auch suchen wollen. Ansonsten ist es immer, außer in ein paar kleinen Unis in den Groß-Buenos-Aires immer prädominiert die neoklassische Wirtschaft und die neoklassische Sichtweise. Okay, aber es gibt immerhin so ein bisschen die Möglichkeit, wenn man Interesse hat. Ja, genau. Das gibt es immer. Messi oder Maradona? Maradona, das ist ein anderer Sport. In Argentinien waren sehr bekannt die Globetrotters, die so künstliches Basketball gespielt haben. Maradona war so wie ein Globetrotter, der im Ernst gespielt hat, aber nur aus reiner Fantasie alles gemacht hat. Und Messi ist ein wunderbarer Spieler, den aber dieses künstlerische außerhalb des Sports ein bisschen fehlt. Wo würdest du dich in den Wirtschaftswissenschaften verordnen? Ich würde mich als ein heterodoxer Regulationist erorten. Okay. Wir haben eine Frage zum Mercosur, deswegen eine kurze Erklärung. Mercosur ist ein regionaler Zusammenschluss beziehungsweise ein gemeinsamer Markt von südamerikanischen Ländern, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Und jetzt zur Frage, eine gemeinsame Währung des Mercosur, wäre das sinnvoll oder totaler Schwachsinn? Für mich wäre das ein totaler Schwachsinn. Okay. Soll ich kurz beantworten oder soll ich auch fundamentieren? Mehr kurz beantworten, glaube ich. Lebst du lieber in der Großstadt oder auf dem Land? Ich lebe am liebsten in mittelgroße Städte. Okay. Wer ist für dich die bedeutendste Ökonomin oder Politikwissenschaftlerin? Ja, die zwei oder drei, die mich am meisten geprägt haben, sind natürlich Friedrich List, Karl Marx und Gerard de Bernice. Aber genau, die Frage war aber nach quasi weiblicher Ökonomin oder Politikwissenschaftlerin. weiblicher Ökonomin. Ja, da ist die Rosa Luxemburg wahrscheinlich die, die mich am meisten immer interessiert hat. Welche Theorie aus Lateinamerika sollten Wirtschaftsstudierende in Deutschland kennen? Die argentinische Entwicklung Theorie, ich denke an Leute wie Rogelio Frigerio, sehr unbekannt überall, immer im Schatten von Prebisch, ganz, aber ganz anders positioniert. Super. Super. Und damit die letzte Frage, Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch? Ich bin eher pessimistisch. Okay, danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast, auf die Runde kurze. Und damit steigen wir dann ins nächste Thema. Ich hole noch mal eine Runde Getränke für uns alle und wir kommen zur Gegenwart. Seit dem Ende letzten Jahres erlebt Argentinien einen großen politischen Umbruch. An der Spitze davon steht Javier Millet, der neue Präsident, der die Aufmerksamkeit weltweit auf sich zieht. Er bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist und verkörpert eine radikale Form des Libertarismus. Millet hat mit kontroversen Äußerungen und symbolträchtigen Auftritten wie dem Schwingen einer Kettensäge als Symbild für drastische Staatskürzung auf sich aufmerksam gemacht. Wir wollen uns gerne die ersten Monate seiner Präsidentschaft anschauen und vor allem gucken, was die Auswirkungen seiner Politik sind. Neben der hohen Staatsverschuldung, die du eben schon angesprochen hast, die unter der Regierung von Macri herbeigeführt wurde, was sind die Probleme, die die argentinische Wirtschaft heute bzw. direkt vor der Wahl von Millet aufgewiesen hat? Ich würde sagen, strukturell litt Argentinien in den letzten Dekaden unter einer keinen strukturellen Politik, die die Industrie aufbaut mit Planung, mit Ziel und die letzten vier Jahre vor Millet, da kam wieder eine Regierung aus dem Peronismus, sehr schwach aber und dazu noch hat die Regierung die zehn Plagen oder die drei Plagen erlebt, die jede Regierung zersprengen können. Zuerst die Pandemie, das hatte auch, und das kennt man auch aus Deutschland, die sozialen Folgen, die hier üblich waren, in Argentinien noch verschärft. Als das einigermaßen überwunden war, kam der Krieg zwischen Russland und Ukraine. Wir kennen aus Deutschland den Preiseschub. Das muss man auch denken, in einem Land, was hauptsächlich Energieprodukte und Agrarprodukte erzeugt und exportiert. Der Schub bewirkt sofort und noch stärker als Inflation im Inland und als Verschlechterung der Kaufkraft der Löhne. Also der Krieg war auch eine Katastrophe für die argentinische Wirtschaft, nicht für die Exporteure, nicht für die großen Konzerne, die zum Beispiel Gas oder Erdöl produziert haben, aber für die Masse der Bevölkerung. Und dass das auch langsam unter Kontrolle ging, kam die dritte Lage, nämlich die härteste Dürre in mehreren Dekaden, vermutlich auch aller Zeiten, die die Exporte plötzlich innerhalb vom letzten Jahr, also vom 2023 um 30 Prozent verringerte und das bei einer Wirtschaft, die hoch verschuldet ist und von Devisen abhängig ist, war die letzte Katastrophe. Also da haben sich diese langfristige strukturelle Fragen, die nicht aufgebaut oder nicht gelöst wurden mit der Konjunktur, der Pandemie, des Krieges und der Dürre plus die Verschuldung gesammelt und das war ein explosiver Cocktail. Und würdest du sagen, dass genau dieser explosive Cocktail dann am Schluss der Grund dafür war, dass sich die argentinische Bevölkerung dafür entschieden hat, so extrem zu wählen und Melee am Schluss als Präsidenten zu wählen? Genau, das würde ich sagen. Melee hat so ein bisschen die Meinung vertreten oder der wurde so angesehen als das Antisystem. Wenn das System nicht funktioniert, dann sucht man immer nach Antisystem Vorschläge und das ist so ein bisschen, was passiert ist. Der hat ja auch einen guten Wahlkampf im Sinne von, der hat die Kanäle bedient, die zu bedienen waren, hatte ein bisschen auch diese Müdigkeit der Bevölkerung zur traditionellen Politik vertreten und dadurch entstand eine Wahl zu einem Programm, die zum ersten Mal aber klargestellt wurde und das ist wahrscheinlich die krasseste Sache dabei, er hat nicht versteckt, was er vor hatte, wo die Leute haben oft gehört, was sie hören wollten und nicht, was er sagte oder haben die Probleme falsch zugeordnet oder aber es hat sich auch sehr stark die Idee verbreitet, ja, wir haben bis jetzt falsch gelebt und klar, jetzt müssen wir leiden und zahlen für das, was wir in der Vergangenheit zu viel ausgegeben haben, weil ein Politiker von Macri schon im Jahre 16 gesagt, der Präsident der Nationalen Bank hatte damals gesagt, ja, die Leute haben so gelebt, als würden sie Handys haben dürfen oder Urlaub haben können, das geht nicht bei einfachen Arbeitern und plötzlich hat sich diese Idee tatsächlich verbreitet, wir leben falsch, solches Leben ist nur für Reiche. Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass Millet nicht mit seinen Forderungen hinterm Berg gehalten hat, sondern sehr offen kommuniziert hat, was er vorhat und das waren ja durchaus sehr radikale Ankündigungen, er will den Sozialstaat quasi abschaffen, den US-Dollar als Währung einführen und die Zentralbank abschaffen, das waren zumindest seine Ankündigungen im Wahlkampf. in dem guten halben Jahr, was er jetzt an der Macht ist, bislang umgesetzt. Die Dollarisierung hat sich nicht durchgesetzt, die Zentralbank existiert noch, der Abbau des Sozialstaats kommt sehr schnell voran, er hat auch noch im Wahlkampf nicht nur gesagt, ich komme mit der Kettensäge und will die Staatsausgaben kürzen, das wäre jetzt zwar problematisch, aber strukturell nicht sehr stark veränderungs also da würden sich nicht sehr starke Veränderungen verwirklichen, er meinte, er will den Staat von innen vernichten, er fühlt sich, und das hat er immer wieder davor und danach gesagt, als ein Maulwurf, die den Staat von innen glöchert und abbaut und das fand tatsächlich statt. Die Staatsausgaben wurden gekürzt, vor allem was Sozialstaat betrifft, er meinte, er würde sich eine Hand schneiden, bevor er neue Steuern einführt, was in der Wirklichkeit passiert ist, ist, dass er Lohnsteuer oder Einkommensteuer für die Arbeiter neu eingeführt hat und viele Steuerkürzungen für die Reichsten eingeführt hat. Also dieser Sozialstaatabbau kam auch zusammen mit einer expliziten Umverteilung nach oben durch Lohnstopp, durch Umsetzung neuer Steuereinnahmen und Abbau der alten sozialen Annahmen und der läuft jetzt auch in Richtung einer Arbeitsmarktreform und was jetzt genehmigt wurde vom Parlament und vor Reglamentierung bei ihm steht, ist ein neues System für ausländische Investitionen, ausländische Cross-Investitionen über 200 Millionen Dollar, die im Bereich der Rohstoffe und der Dienstleistungen alle Begünstigungen, die man sich vorstellen kann, haben. Zum einen einen viel niedrigen Steuersatz als alle anderen Unternehmen in Verträgen, die mindestens 50 Jahre lang sind, die müssen keine Zollsteuern zahlen für die Importe von Maschinen, von Kapitalgütern, von Geldtransferern, keine Exportsteuern, wenn sie die Produkte exportieren, sie besitzen das, was sie erzeugen, zum Beispiel das Lithium, es ist vor allem bezogen auf Lithium, Wasserstoff, Erdöl, Gas, sie sind die Besitzer davon und dürfen das so benutzen, wie sie wollen, wenn sie alles exportieren wollen, dürfen sie das steuerfrei, das heißt, das macht die Wirtschaft Argentinien, Argentiniens offen für, würde ich sagen, Raubbau von natürlichen Ressourcen. Von dem am Schluss dann vor allem internationale oder ausländische Unternehmen profitieren. Tatsächlich und das war ein Problem für die inländischen Konzerne, die solche Begünstigungen nicht haben, weil man neue Kapitalien aus dem Ausland reinholen muss und deshalb ist das ganz deutlich differenziert zwischen inländischen und ausländischen Konzernen. Dazu noch gibt es nicht für Kontroversen die normalen Gerichtshöfen Argentiniens, sondern der Exit bei der Weltbank, was auch dazu führt, dass Argentinien nicht gegen die Konzerne agieren kann, weil das nicht möglich ist in diesem Rahmen und und und. Und da stehen wir zum Anfang unseres Gesprächs, denn das war ein bisschen, würde ich sagen, heute noch radikalisierter und noch enger gebunden an ausländischen Investoren, das Bild vom Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Land reich an gewissen natürlichen Ressourcen, die ausgebeutet werden, um sie exportiert zu werden und von denen das Volk, das Land nichts bekommt oder nur kurz wenig bekommt. Und keine Wertschöpfung im Land aufgebildet. Einfach ins Ausland. Die Konditionen für den Raubbau sind für 50 Jahre gesetzt und deswegen ist dieses Projekt für mich katastrophal. Alles andere kann man vielleicht mit einer anderen Politik im Laufe von einer Dekade oder so umstellen. Das kann man, man verpasst genau die Möglichkeit, einen Entwicklungssprung zu machen, wo man alle Grundlagen hatte. Und wenn du jetzt sagst, dass es eigentlich relativ offensichtlich ist, dass hier gerade ein kapitaler Fehler gemacht wird mit dieser verpassten Chance und auch ein Fehler wiederholt wird, der so vor über 100 Jahren eigentlich auch schon mal passiert ist. Was ist denn dann die Motivation von Milley oder was ist das Ziel von Milley eben diese Politik Maßnahmen durchzusetzen? Ja, also er stellt sich vor als ein theoretischer Volkswirt, der radikale neue Ansätze bringt und deshalb den Nobelpreis bekommen sollte, hat er explizit gesagt, das ist nicht ein Witz von mir, sondern er sagt, man sollte seine Beiträge anschauen und sich überlegen, ob er nicht den Nobelpreis bekommen sollte. Letztendlich ist aber seine Politik eine Wiederholung von alten Politiken mit ein paar Neuigkeiten, die aber nicht zur Sache machen, die die Politik des Kapitals und der Geostrategie der USA unterstützt und dadurch ist eigentlich nichts Neues in dem Sinne, sein Ziel ist eben dieser Verbreitung ausländischer Konzerne zu ermöglichen, die Anlehnung der argentinischen Wirtschaft an den USA so fest zu nageln, dass sie nach vorne nicht verändert werden kann, was natürlich ordentliche Konflikte mit China, mit Brasilien bringt und in beiden Fällen die Länder am Rande der Beziehungen stellt und das ist es hauptsächlich und natürlich den Staat so umzubauen, dass er nicht mehr interventionsfähig ist im Sinne von Sozialstaat Regulierung Markt Regulierungen aber immer noch einen repressiven dispositiv erstellt der diese diese Grundlagen die er setzen will dann nach vorne mit Gewalt verteidigen kann und da ist ein wichtiger Punkt zum Beispiel die neue also es gab in Argentinien über Dekaden als interne Spionage den Sicherheitsdienst die Servicios de Intelligencia del Estado und die wurde abgeschafft während den Kirchneristen und jetzt ist diese Stelle neu aufgebaut worden mit zahlreichen Mitteln und mit dem mit der Möglichkeit nicht zu erklären weder was sie machen noch worin sie das Geld stecken das heißt es wird auch ein Spionagedispositiv aufgebaut das diese repressive Politik unterstützt an manchen Teilen wird der Staat also doch auch ausgebaut und nur abgebaut es 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 ist immer so in solchen Politiken man redet immer vom Stadtabbau hat immer der Neoliberalismus im Vordergrund gestellt wir bauen den Stadt ab aber sie setzen nur andere Akzente Sozialstaat wird tatsächlich abgebaut aber Eigentumsrechte werden befestigt und die werden strenger reguliert den Zugang zur Natur wird auch strenger reguliert die Repression wird strenger geführt das heißt es stimmt nicht dass neoliberale Politiken den Stadt komplett abschaffen und das ist auch nicht der Fall Band du hattest eben bist du schon darauf eingegangen dass Millet sich mit China und Brasilien oder insgesamt im Mercosur nicht besonders gut versteht gleichzeitig ist es auch so dass es unter den europäischen Regierungen relativ wenige Sympathien für Millet gibt nehmen wir jetzt mal rechte oder rechtsextreme Regierungen außen vor was sind denn die außenwirtschaftlichen Ziele von Millet und welche internationalen Kooperationen strebt er an also vom reinen wirtschaftlichen strebt er an eine darge Anlehnung an der Wirtschaft der USA da kommt auch noch Israel in Frage das ist aber schon eher geopolitische Geschichte und ansonsten könnte ich mir gut vorstellen dass er auch sehr stark in dem Milieu der Extremrechten agieren will und sich als Figur der Extremrechten fühlt das hat würde ich sagen weniger mit wirtschaftlichen Zielen und mehr mit ideologischen und würde ich sagen Persönlichkeits Gefühle zu tun und das führt dass er für extremrechte Parteien im Wahlkampf auftritt der letzte große Krach war mit Spanien wo er immer wieder in Spanien war um für den Wahlkampf von Box mitzutreiten und gegen die spanische Regierung was fast die Beziehungen zwischen Argentinien und Spanien zum Bruch gebracht hat aber ich habe selten gesehen dass jemand Wahlkampf in einem anderen Land führt wie Milet das immer wieder und überall macht es gab vor zwei oder drei Wochen ein Treffen des Mercosurs wo alle Präsidenten sich getroffen hat der hat die Außenministerin geschickt er selbst hat an einem Meeting von Bolsonaro teilgenommen in Brasilien während sich die anderen Präsidenten des Mercosurs in Paraguay getroffen haben und in der Tribüne hat er gegen den Kommunisten und Korrupten Lula gesprochen was auch wieder die Beziehungen fast zum Bruch gebracht hat und das macht er ständig über halt das hat glaube ich aber nicht mit wirtschaftlichen Fragen zu tun mit wirtschaftlichen Fragen hat zu tun zum Beispiel den Austritt Argentinien war Ende 23 an den BRICS weigetreten das hatte sich noch nicht förmlich verwirklicht und er hat das zurück genommen Milet das hatte tatsächlich mit dieser Bindung an den USA zu tun eher als mit politischen Gründen aber ansonsten agiert er auch sehr stark politisch Jetzt meintest du ja dass Millet auch wenn er es vielleicht noch nicht geschafft hat den Dollar als Währung einzuführen oder die Zentralbank abzuschaffen trotzdem schon sehr sehr viel durchgebracht hat und schon große Gesetzespakete beschlossen wurden die eben beispielsweise dazu geführt haben dass es schon einen sehr starken Sozialabbau gab der Haushalt schon sehr stark gekürzt wurde sieht man schon er ist jetzt erst seit einem halben Jahr oder ein bisschen mehr als einem halben Jahr an der Macht aber sieht man jetzt schon erste Folgen der Präsidentschaft von Millet und dieser radikalen libertären Politik ich wusste dass diese Frage kommt und dann habe ich heute morgen noch ein paar Zahlen aufgeschrieben die offiziellen Zahlen sind oft trimestral also quartalmäßig und dann gibt es noch nur erstmal nur die vom ersten Quartal die vom zweiten Quartal müssten in den nächsten Tagen veröffentlicht werden das fing an mit einer Abwertung von etwa 60% also der Dollar hat fast den Preis mehr als verdoppelt an einem Tag und ab dann fing es an natürlich hat das die Inflation nach oben getrieben sodass wir im ersten halben Jahr 80% Inflation hatten das entspricht so etwa fast 200% Inflation also wesentlich höher als letztes Jahr jetzt sinkt es langsam aber es sind durch die starke Depression die eingeführt hat die Industrie ist zum Beispiel um 20% zurückgegangen im Bau wo er alle Staatsverträge gestrichen hat ist bis im ersten Quartal und das geht weiter aber um 25% die Produktion geschrumpft die die ungebrauchte Kapazität in der Industrie das heißt das was was man potenziell potenziell benutzen könnte aber aus der Depression nicht nutzt ist etwa 44% das heißt die Industrie arbeitet nur auf 56% von dem was die produzieren könnten die Agrarproduktion ist nicht stark nach oben gegangen obwohl die Dürre jetzt schon aufgegeben hat die Arbeitslosigkeit ist um zwei Prozentpunkte gestiegen das steigt aber noch noch mehr der Konsum schrumpft zusammen die Einkommensverteilung polarisiert sich auch rasant und noch ist die Verschuldung die externe Verschuldung nicht gestiegen weil weder Währungsfonds noch Finanzbanken Geld an die Regierung leihen aber intern ist die Verschuldung auch bis zum Explosionsrand gestiegen das heißt die Folgen sind gewaltig und katastrophal und vielleicht das Hauptdatum die Armut ist um 20 Prozentpunkte gestiegen jetzt sind fast 60 Prozent der Bevölkerung von Armut getroffen wo es früher unter 40 Prozent war und was schon auch war man muss immer auch die Größe der Wirtschaft Argentiniens im Blick haben Trotz allem war bis Dezember Argentinien die 25 größte Wirtschaft der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt unter seiner Produktionskapazität das doch 14.000 Dollar pro Kopf betrug die gut verteilt nicht mit Armut kompatibel wären das heißt wenn in Argentinien in der argentinischen Wirtschaft Armut gibt heißt es nicht die Wirtschaft produziert zu wenig sondern es wird sehr schlecht verteilt und klar nach vorne baut man sich auch durch die Finanzwirtschaft Produktionskapazität ab und das führt Argentinien zum sinken aber es ist immer noch die 25 Wirtschaft der Welt und das sollte eigentlich nicht zu solchen Krisen führen machen bei jetzt sozialen Krisen auch genau ja also die Folgen die du jetzt hier aufzeigst sind ja wirklich katastrophal also eigentlich kann man sagen alle Indikatoren die du aufgelistet hast haben sich tendenziell verschlechtert bis hin zu haben sich rapide verschlechtert vielleicht vielleicht auch hilft Argentinien steht jetzt genau auf der gleichen Ebene wie im schlimmsten Punkt der Pandemie ich würde noch eine Zwischenfrage einschieben und zwar ist es aber ja auch das was Milley prophezeit hat er hat ja gesagt am Anfang müssen wir irgendwie durch sechs harte Monate gehen oder am Anfang müssen wir leiden um dann später irgendwie davon profitieren zu können was ist deine Einschätzung meinst du in zwei Monaten wird alles besser oder nee das kann ich mir nicht vorstellen und vor allem ich habe die Daten von Abwertung und Inflation erzählt eine 60 prozentige Abwertung des Besos und inzwischen aber auch eine 80 Prozent existierende Inflation heißt dass der dass die Wechselkurs Parität sich im Bezug auf Dezember nochmal verschlechtert hat und man nimmt an dass man nochmal eine Abwertung auf kürziger Länge praktiziert und das bringt die Inflation wieder auf der alten Ebene und wie gesagt die Kosten um diese Inflation zu senken die in den letzten sechs Monaten stattfanden sind zu katastrophal also da kann man nichts verändern man müsste eine radikal andere Politik betreiben was er aber nicht machen wird weil es nicht in seinem Programm steht und ohne eine Wiederbelebung der Konjunktur durch Wiedereingriff des Staates in der Nachfrage eine Umkehrung der Verteilungsprozesse und so weiter ist da nichts zu meistern insofern nach vorne ist es fraglich dass sich das erholt Konjunkturell strukturell wie gesagt entsteht da eine Plünderungspolitik die dazu führt dass einfach die natürlichen Ressourcen die einen Entwicklungsprozess Finanzieren könnten abgehen Du zeigst ja auch dass das Bild schon recht schlecht ist von der wirtschaftlichen Entwicklung und ich glaube damit würden wir vielleicht zu dem Deckel kommen den unser letzter Gast hier für dich liegen lassen hat es war Patrick Schreiner der bei uns zu Gast war mit dem wir über den Sozialstaat gesprochen haben der also in dem Thema drin ist wenn auch im deutschen Kontext und er hat dir folgende Nachricht hinterlassen und möchte von dir wissen wie du dir die relativ hohe Zufriedenheit mit Millais erklärst trotz der brutalen Sozialkürzung die schon stattgefunden haben ja das ist so ein bisschen ein Rätsel wie gesagt die schlechten Politik der letzten acht Jahren die Tatsache auch dass die letzten vier Jahren einen Pironisten in der Regierung fanden der eigentlich die alternative Politik hätte durchführen sollen und es nicht geschafft hat haben die Leute sehr stark enttäuscht insofern war die Bevölkerung ein Teil der Bevölkerung die Hälfte der Bevölkerung nur dazu geneigt so eine radikale Politik zu unterstützen man muss sagen in den Wallen hat Milley nur 30% der Stimmen bekommen dann in den Stichwahlen war es knapp über 50% und trotzdem muss man sagen ich sehe noch keine Umkehrung dieser Unterstützung zum einen mit der Idee es kommt noch was irgendwann ist der Stadt so abgebaut dass er uns nicht mehr ausbeutet und das war eigentlich das was uns unterdrückt hatte ohne zu merken dass ohne Sozialstaat nicht geht andere glauben tatsächlich an diese das muss man auch so ein bisschen soziologisch philosophisch betrachten der Neoliberalismus predigt seit mindestens 40 Jahre dass diese soziale Gerechtigkeit nur eine kommunistische Sache ist und dass eine Gesellschaft nur sich behaupten kann wenn die Individuen und das gibt es nur die Individuen sich behaupten können dafür brauchen sie nicht Stadt sondern eigene Motivation und wenn sie es nicht schaffen dann waren sie nicht gut genug und diese Predigt kam an nicht nur in Argentinien auch in Deutschland auch überall und davon spürt man auch ein Teil und da bin ich selbst schuld wenn ich nicht die Grundlagen ausgenutzt habe das ist die zweite Antwort die ich geben kann die dritte Antwort ist dass es sich bisher keine Alternative gebildet hat und genau diejenigen die die Alternative bilden sollen sind die abgewählt wurden insofern ist es viel schwieriger als im Jahre 2001 wo genau die Alternative von außen kam diejenigen die jetzt die Alternative bilden sollten haben schon vier Jahre lang regiert und die Lage war danach schlechter insofern muss man das Argument auch nicht unterschätzen das heißt wenn es keine Alternative gerade gibt werden die Menschen in Argentinien jetzt die nächsten Jahre mit Millay leben müssen oder wie siehst du die nächsten Monate und Jahre das ist wieder eine interessante Frage die für mich noch nicht klar ist der kommt nicht aus der traditionellen Politik auch wenn er viele traditionelle Politiker um sich herum hat einige der Minister sind die Kaste die bekämpft hat einige sind schon mehrmals Minister gewesen an einige haben deutliche Schuld an den alten Krisen zum Beispiel von 2019 oder von 2001 aber insgesamt hatte er keine richtige Partei hinter sich und dann hat er zusammengesammelt was er nur für Regierungsposten sammeln konnte und da gibt es einen ewigen Streit mehrere Minister sind schon gewechselt worden da gibt es eine politische Unfähigkeit die zu groß ist und die immer wieder die Regierung in Schach setzt die natürliche Nachfolgerin wenn er kündigen würde ist die Vizepräsidentin die kommt aus der extrem rechten förmlichen Strukturen sie ist auch politisch sehr fähig und agiert schon seit lange mit der Idee früher oder später ist sie dran weil Millet das nicht politisch durchhält ich weiß nicht ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist das heißt du siehst jetzt aber gerade nicht irgendwie dass sich in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal große linke Protest Bewegungen irgendwie bilden die so eine Stärke irgendwie auf die Straße bringen würden oder durch die Gewerkschaften und Streiks oder ähnliches dass eine Regierung unter Millet zurücktreten müsste oder ähnliches Ja da da führst du nochmal eine Frage ein die wir innerhalb von zwei Stunden besprechen nämlich wir haben leider nicht mehr so viel Zeit nur kurz deswegen die betäubten Gewerkschaften vor allem die Gewerkschaftsführung außerhalb der Staatsarbeiter und der Lehrer und Lehrkräfte sind die Gewerkschaften seit Dekaden nur mit der kleinen Politik befasst und nicht so richtig als Verteidiger der Arbeiter sichtbar Okay ich glaube damit kommen wir dann jetzt tatsächlich zum Ende dieser Folge ganz herzlichen Dank dir für die ausführlichen Schilderungen auch jetzt zur aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage in Argentinien und nachdem wir dich jetzt hier mit ganz vielen Fragen gelöchert haben hast du jetzt auch noch die Möglichkeit deinen Deckel weiter zu schieben an die nächste Gästin und eine Frage hinzuzufügen und zwar wird Hanna Hasenberger von der Uni Cambridge bei uns zu Gast sein und wir möchten mit ihr über die Finanzialisierung von Kommunen sprechen was möchtest du ihr denn gerne auf deinem Deckel hinterlassen Ja eine Frage die sich vielleicht mit den vorigen Reflektionen bindet aber auch mit meinen Arbeiten über den europäischen Prozess und über die europäische Finanzialisierung die sich nicht nur an dem wirtschaftlichen sondern hauptsächlich vielleicht an dem politischen wendet nämlich gibt es über eine Zusammenarbeit der Finanzialisierung und der Kommunen und der Staaten die Möglichkeit demokratische Prozesse zu stärken gibt es Alternativen gibt es Möglichkeiten und Räume für eine andere demokratische Entwicklung und welche Politiken sollten dabei gedacht werden wie kann man eine Stadt Politik im Rahmen der Finanzialisierung gedacht werden um diese Prozesse zu stärken oder muss man aus der Finanzialisierung komplett raus super super danke dir für diese Frage danke dir für diese komplexe Frage und jetzt ist es noch so bei uns hier in der Wirtschaft kommen ja immer wieder Leute vorbei die hier Plakate und Flyer auslegen möchtest du auch einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch für unsere Besucher hinterlassen dass sie unbedingt lesen sollten ja auf jeden Fall würde ich zu einem Klassiker zurückgehen den ich schon erwähnt habe nämlich das Buch von Friedrich List Friedrich List ist so ein Volkswirt der immer falsch interpretiert wurde als nur der Verteidiger des Protektionismus und eigentlich ist seine Theorie eine Theorie der Entwicklung der Produktivkräfte Vielen Dank für den Buchtipp vor allem aber vielen vielen Dank dass du da warst und für das spannende Gespräch und deinen Besuch hier bei uns in der Wirtschaft und vielen Dank auch nochmal unsere Hörerinnen fürs Einschalten einen besonderen Dank gilt den Leuten an unserem Stammtisch Leo Theo Claudius und Luca die uns monatlich unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Stühle frei und bei Patreon könnt ihr auch zu Stammgästinnen werden in den Shownotes erfahrt ihr wie und damit würden wir die Wirtschaft für heute schließen haben uns sehr über das interessante Gespräch mit ihr gefreut und sagen Tschüss 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 Tschüss